Musik Ja, ein herzliches Willkommen. Nach längerer Sommerpause melden wir uns zurück hier aus dem Intercenter DELFS. Genauer gesagt aus dem neuen Shop, dem Shop Depot, heute Eröffnung. Es ist schon einiges los und ich würde sagen, wir lassen am Anfang einfach mal die Bilder sprechen. Viel Spaß damit! Musik Ja, ich stehe hier nun mit dem Filialleiter, mit dem Herrn Nuenstadt Martin. Martin, ich habe so eine sehr schwierige Vorbereitung gehabt, sehr viel zu tun gehabt, aber jetzt ist es endlich offen. Erzähl uns kurz mal, wie du mit dem heutigen Tag bis jetzt zufrieden bist. Ja, sehr gut. Das sind sehr viele Kunden gewesen. Einen sehr guten Anfang. Okay, fein. Vielleicht für unsere Zuschauer, da der Shop ja ganz neu ist, was habt ihr alles im Sortiment? Alles von Deko-Arzickeln, Sand, Gläser, Dofte, Armdofte. Okay, und ich habe mir sagen lassen, Depot wechselt immer zu gewissen Abständen komplettes Warnsortiment, also sprich, es wird immer auf die Jahreszeiten angepasst. Stimmt das? Ja, also jede Woche kommt ein neues Thema dazu und jede vierte Woche so ungefähr ein Gänsefleckchen wird umgebaut. Also, wie gesagt, Depot neu im Intercenter DELFs, unbedingt vorbeischauen. Das Team ist bemüht und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ein tolles Highlight darf ich noch ankündigen. Herbst und Winter stehen vor der Tür, da muss natürlich auch die Kleidung passen. Deswegen haben wir am Donnerstag, den 15. September um 19 Uhr unsere tolle Fashion Mode Gala 2011. Auch wieder heuer mit dabei sind alle Modeshop-Partner des Intercenter DELFs. Als Highlight haben wir die Tanzgruppe Dance Impression mit dabei und als besonderes Zugriff tritt die Nadine Beiler mit drei Songs auf. Und im Anschluss zur Modenschau gibt es eine kleine Autogrammstunde. Zum Empfang gibt es einen Sekt und Fingerfood und ich würde sagen, einfach vorbeischauen, es wird wieder ein tolles und spannendes Event. Deswegen vormerken, Donnerstag, 15. September ab 19 Uhr unsere Fashion Mode Gala 2011 hier im Intercenter DELFs. Ja, ich stehe jetzt da bei der Monika, Geschäftsinhaberin von Catwalk. Schon eine fixe Größe bei uns im Mode-Bereich im Intercenter DELF. Monika, erkläre ganz kurz den Zuschauern, wir haben die Mondschau am 15. September. Was Sie dort alles erwartet, beziehungsweise was Sie dann auch bei dir im Geschäft haben können? Also bei mir gibt es zum ersten Mal eine Herrenmode dazu. Und zwar von Scotch & Soda, Ripley und EDC by Man. Ich habe jetzt auch schon ein Outfit hergerichtet. Es sind ganz viele heuer Hemden mit Strickwesten drüber oder Sweats. Und dazu gibt es natürlich auch lässige Jeans oder einmal eine Gino-Hose. Und natürlich erwarten Sie auch die neuesten Downenjacken und Winterjacken. Ja, und für die Damen sieht man nachher bei der Mondschau lässige Gino-Hose. Die dürfen heuer im Herbst, Winter nicht fehlen. Oder auch einmal eine Jeans haben wir dann auch so, ganz neu heuer mit Hosenträger. Und dazu haben wir lässige Oberteile, ob Blusen, Sweater oder einmal ein lässiges Laibel nur mit einem Druck oben. Bei uns gibt es eigentlich alles zu finden und wir werden eigentlich alles herzeugen. Also wir starten jetzt wieder voll in die Wintersaison mit unseren bekannten Marken wie Billabong, Burton. Und was wir heuer neu haben, was die Kids sicher freuen werden, das ist das Nike 6.0, das ist ja sehr limitiert verkauft wert. Da haben wir die Klavierjacken, die ist sehr cool. Gelee und Jacke, das ist überhaupt ein neuer Trend heuer. Und ja, ich glaube, wir können wieder ganz gut punkten bei unseren Kids. Also die frostigen Temperaturen können kommen, ab zum Freit, der hat die richtige Ausrüstung für euch. Ich glaube, ich spreche im Namen von allen Shoppartnern, dass wir uns freuen auf euer Kommen. Ich glaube, wir können wieder kurz weg